ja hallo ich mache den random talk ja hier haben wir einen spiegel ich habe da eine besondere geschichte zu diesem spiegel ich habe gesehen und dann habe ich gedacht für mich immer das war die geschichte meine blogs werden natürlich immer etwas länger als die anderen weil das eine eigene kreation falls jemand was anderes sagt ich will mir auch gerne auf toiletten den inhalt von mülleimer die ist jetzt zufällig leer aber meine blogs sind nie wirklich viel länger deswegen ist jetzt